Hallo, ich bin Katrin von DealHunter und heute beim Shooting für das zweite eBay Lookbook. Wir werden mal schauen, was Backstage subziert und Denise Clark, die Stylistin, auch vor die Kamera holen. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr uns für Tipps gebt, was wir im Herbst-Winter tragen wollen. Bis jetzt! Lise, es ist so schön, dich zu treffen. Du auch, danke. Was ist dein Favorit-Style von dieser Führung? Hast du einen Favorit-Style? Von dieser Führung habe ich wirklich den Mannswear-Look. Für mich erinnert mich an die Archetype-Chloe-Woman. Das ist dieser hinter dir. Dieses Jacket, das ich finde, ist wirklich schön. Ich würde es mit vielen Dressen tragen. Aber als Mannswear, wir haben es mit diesen Trousers. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es zusammen. Wir haben diese kleine Rund-Glässe, die sehr schön sind. Und dann diese Dress, die sehr kurz sein wird, wenn wir ihn filmen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Stylen und Fakten zu tragen. Ich würde gerne ein Geheimnis von dir bekommen. Was ist der Trend? Was soll man tragen? Du solltest sehr ehrlich sein. Ich denke, es geht nicht darum, es geht darum, dass jeder die gleiche Stylen tragen. Es geht darum, die gleiche Stylen zu tragen. Wir haben so viel mehr Auswahl als früher. Wenn man von einer Vogue bis zum nächsten Vogue geht, dann sind sie völlig unterschiedliche Stylen, weil es so viel gibt. Ich denke, es geht darum, zu finden, was funktioniert für dich. Und es geht darum. Anne, was ist denn dein Lieblingsteil hier heute? Oh Gott, also komischerweise sah ich in allem eigentlich ganz gut aus, weil die Lies und der Christian das irgendwie super stylen. Aber die Wildlederjacke, die hatte ich bisher zwar noch nicht an, aber die wäre so genau mein Fall. Würdest du ihn auch selber bei Ebay kaufen? Auf jeden Fall, ja, klar. Bist du ein Online-Shopper? Ja, fast ausschließlich. Ich bin dem Online-Shopping verfallen, ja. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020